so hallo mal wieder wie ihr seht beim aufräumen noch ein paar alte booster gefunden und zwar die turtle booster ich werde mal hier ein paar aufmachen für euch vielleicht gibt es ja da draußen doch welche die sich dafür noch interessieren also schauen wir jetzt mal rein was da noch für karten drin stecken können oder sind oder oder die sind aber ziemlich fest die muss ich wieder mit der schere öffnen also wie gesagt wenn da draußen welche sind die noch interesse an diese karten haben postet mir ich werde vielleicht doch mal ab und zu mal ein paar booster davon öffnen aber jetzt genießt erst mal die paar booster die ich hier jetzt öffne und natürlich könnte mir auch posten ob die auch gesammelt habt oder vielleicht noch dabei seid weil die haben ja doch schon eine längere zeit auf dem puckel ich weiß gar nicht gibt es die eigentlich noch das weiß ich wirklich nicht könnt ihr mir ja auch posten und wer interesse an dieser booster habt ich versuche natürlich den link unter dem video wo ihr sie günstig und bequem bestellen könnt da war noch ein paar karten motive bei also wie gesagt postet mir habt ihr die auch gesammelt habt oder an euch an hintertal vorbeigegangen ist die serie ganz egal was nur postet mir weil ihr wisst ja ich lese gerne eure post durch auch wenn ich nicht immer sofort darauf antwortet weil es kommen ja pro tag so viele rein da kann man gar nicht darauf antworten auf alle höchstens auf ein paar vereinzelne wie ihr seht hier so ein booster waren bis jetzt immer zwei glitzer karten drinne mal gucken ob es so weiter geht hinten geht es jetzt auch schon zweimal aber wie ihr selber seht ein paar doppelte sind auch schon dabei naja ein paar motive sind dabei die versteht man nicht wirklich aber nichts zu trotz ich habe die booster hier und würde natürlich für euch öffnen die karten ausgesehen haben oder die motive ganz wie ihr sehen wollt und von hinten sind es die grünlichen also ich glaube das sind die letzte turtle serie die raus gekommen ist danach ist glaube ich noch nichts neues erschienen deswegen postet mir alles was ihr darüber sagen wollt oder wisst oder wie gesagt haupte die auch gesammelt habt vielleicht haben ja einige von euch die sammeln mappe komplett vollständig würde mich auch interessieren die augen die sehen ja spaßig aus ihr seht selber immer zwei glitzer karten pro booster die glitzer karte die sieht ja richtig heavy aus dann mehr wieder auf comic gemacht also wie gesagt postet mir alles über die serie ob ihr sie kennt ob ihr sie gesammelt habt und 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 so ein booster werde ich noch öffnen vor die kamera und wenn doch da draußen welche sind die sich dafür interessieren werde ich natürlich noch weitere booster öffnen weil ich habe noch einige davon die kann man nicht so einfach in der versenkung verschwinden lassen und wenn ihr gerne jetzt damit erst anfangen wollt ich werde versuchen den link unter dem video zu packen wo es sie natürlich sicher und bequem zu bestellen gibt also das waren die ersten turtles booster von der alten serie die ich bei mir noch gefunden habe wenn ihr interesse habt postet mir und deswegen sage ich wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu